Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern zur Bretterwisser Quiz Show oder wie es früher mal hieß Bretter vs. Wisser. Und die Bretterwisser, das sind der Arne, der Matthias, und ich bin der René. Bretter vs. Wisser ist wieder aus der Versenkung hervorgehoben worden. Wir haben gerade noch über Zombies gesprochen. Wie ein Zombie wanken wir jetzt auf euch zu und haben das Konzept einmal komplett über den Haufen geworfen. Die Idee war ja bei der ersten Sendung davon, Arne und Matthias kloppten sich um ein Thema und ja, war nicht so. Lief nicht. Lief nicht, war nicht. Die hatten keine unterschiedliche Meinung oder nicht genug unterschiedliche Meinungen. Deswegen haben wir gedacht, okay, machen wir doch mal was Neues. Und wie es die Melodie gerade eben schon angekündigt hat, sind wir jetzt in eine Quiz Show übergegangen. Aber ich werde jetzt nicht den Arne und den Matthias fragen nach irgendwelchen Sachen, die der Matthias eh nur weiß und der Arne wahrscheinlich nicht. Schlimmer wäre es doch, wenn Matthias uns beide fragen würde, oder? Würde auch nichts dabei rauskommen. Das wäre was zum Fremdschämen. Ja, dann kriege ich ja gar keine Antworten. Ja, dem ist wahrscheinlich so. Deswegen haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Und zwar einmal den Andreas Buhlmann. Servus. Woher kennen wir dich? Wer bist du? Was tust du? Ihr kennt mich wahrscheinlich von Klickenabend, eine Webseite, die wir machen. Wir drehen Videos, interviewen Leute, machen ein eigenes Event wie Mallorca und sind überall auf Events, so wie der Matthias auch, ein bunter Hund. Ach, ihr seid Reisefeinstellter. Urlaubsfeinstellter. Nein, wir berichten überall, wo es geht, über Brettspiele, wenn wir Zeit haben. Buhlmann reisen. Buhlmann. 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 In der roten Ecke, mit einem Lebendgewicht von, das geht sie überhaupt nichts an, Christian Hildenbrand. Hi, hi, ho. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Ich gehe normalerweise mit Andreas auf Mallorca spielen. Aber ansonsten sitze ich in der Amigo-Redaktion und arbeite dort wirklich. Also ich spiele. Jetzt möchte ich noch eine Sache feststellen. Du hast die Folge wahrscheinlich noch nicht gehört. Das kommt drauf an, welche. 107. Unsere letzte. Nein, die habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Aber ich habe mir sagen lassen, ich werde zu oft erwähnt. Wie ist denn das mit Fußballtickets? Für? Wo willst du denn hin? Hast du ein Fußballticket für Bayern München? Selbstverständlich. Ist das auch eine Dauerkarte? Ja. Matthias, das war eine richtige Information. Du hast keinen Mist erzählt. Yes. Jetzt muss ich dem Podcast auch noch nachhören. Jetzt bin ich auch wirklich gespannt, ja. Hört mal in die 107 rein, da geht es um Dauerkarten vom FC Bayern München. Genau. Wir wollen aber eigentlich hier reinsteigen, weil wir wollen das auch nicht zu ewig strapazieren. Der Andreas ist nämlich frisch gebackener Vater. Also von einem frisch gepressten Kind, so wie im Orangensaft. Korrekt. Oh Gott. Zu viel Infos. Ich wollte nur noch mal kurz so auf der Suche nach möglichen Ideen für Fragen bin ich über ein schönes Spiel in meinem Regal gestolpert. Und lieber Andreas, deine klickenabend.de ist eine Lösung in einem der Quizfragen in diesem Spiel. Ja. Weißt du, welches Spiel ich meine? Ja, Gifttrap. Gifttrap. Nein, das meinte ich nicht. Dann gibt es noch ein zweites. Gifttrap bist du nur ein Foto. Ja, dann gibt es noch ein zweites. Das war das Quizspiel von Hoch. Da sind wir als einer der Lösungen drin. Genau. Welt der Spiele. Wir haben mit Kombi gewonnen. Ich und Christian Kombi. Ja. Ja, ich weiß schon, warum wir euch beide eingeladen haben. Ich habe ja diese Serie damals ins Leben gerufen mit den Welt der Dingsda Spiele zusammen mit der Korridis. Ach was. Ach Gott. Das ist lange her. Du hast mit Welt der Weine da angefangen, ne? Das war das Erste. Welt der Weine, Welt der Biere, Welt der guten Küche und der ganze Kram, genau. Du alter Softbold. Ja. Ihr merkt schon, ich muss gar nicht reden. Wir haben hier zwei Gäste, die die Sendung alleine füllen können. Das finde ich super. Ich habe die Aufgabe bekommen, von außen mehr zu reden als Matthias. Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Die anderen puttern ihn einfach nur nicht unter genug. Wir schaffen das. Wir machen einfach eine Sendung ohne Matthias. Das funktioniert nämlich auch. Aber dazu später auch irgendwann nochmal mehr. Ne, René? Genau. Gut, aber ich will kurz erklären, was wir genau mit euch machen in dieser Quizsendung. Wir haben uns drei Kategorien überlegt. Ähm, in diesen Kategorien haben wir jeweils zehn Fragen. Jeder von euch bekommt abwechselnd eine Frage gestellt, bis jeder fünf Fragen hatte. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Für jede falsche Antwort gibt es einfach nur keinen Punkt. Ähm, das sind zum größten Teil Fragen, die man relativ einfach wissen kann, wenn man sich ausreichend auskennt. In der einen Kategorie haben wir aber auch Fragen, da muss man wahrscheinlich ein bisschen schätzen, weil das weiß man nicht wirklich immer. Das heißt aber, wenn du eine Frage stellst, äh, gibt es keine Revanche sozusagen, ne, von dem anderen? Normalerweise nicht, nein. Ah, okay. Also zumindest auch auf jeden Fall nicht in der zweiten Kategorie, weil da gibt es ja, das gibt es mehr oder weniger nur die A- oder B-Antworten. Und wenn man natürlich der eine dann falsch liegt, dann weiß der andere automatisch, dass die andere Antwort richtig ist. Okay. Ähm, aber, ähm, ich erkläre immer jetzt kurz, wie dies abläuft und dann werden die beiden Jungs euch mit den Fragen traktieren. Die erste Kategorie heißt Mein erstes Mal. Mein erstes Mal. Genau. Und, ähm, da werden wir dann, äh, euch mit irgendeinem Namen konfrontieren und ihr müsstet dann sagen, was denn als erstes da zutrifft. In den meisten Fällen geht es tatsächlich um Spiele. Und, äh, wir finden, ein frischgebackener Papa hat grundsätzlich Vorrecht. Oder wie man auch so schön sagt, ähm, Alter vor Schönheit. Ähm, genau. Äh, genau, äh, und davon, von daraus gesehen wird die erste Frage immer an Andreas gehen. Und ich würde sagen, die Jungs können loslegen. Matthias, machst du die, schreibst du die Punkte irgendwie auf, oder muss ich sagen? Ja, ich notiere die Punkte, genau. Gut, also mein erstes Mal, also nicht mein erstes Mal, sondern, ähm, wir reden jetzt über meine, über die ersten, ja, Matthias hat das ja gerade erläutert. Äh, jetzt muss ich mir erst die Tabelle noch. Andreas, du fängst hier an. Welches war denn, welches war denn das erste Spiel von Inka und Markus Brandt? Äh, fuck. Warte, die Nummer drei war das, was bei Elgar draus gekommen ist, davor waren aber zwei weitere. Es wurde auch erwähnt bei uns in der Sendung. Ja, ich weiß, ich hab ihn neulich erst gehört, ah. Ja, wir wollten es euch leicht machen. Ach Gott. Das war bei Kosmos, soweit ich noch weiß. Und ich hab's nicht gespielt. Wie heißt das? Hm. Ne, muss ich passen, glaub ich. Also ich versuch's einfach mal mit dem, ähm, wo mir auch der Name nicht einfällt, mit dem Kaffeespiel, aber das war's nicht. Ne, ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich raus. Also ich sag's dann mal. Fängt gut an. Jetzt würde mich interessieren, ob Christian es gewusst hätte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, dass der Palast von Eschnapur eines der allerersten von ihnen war. Schade. Ich freu mich, dass Christian es auch nicht wusste. Ähm, es war das große, das war das große Dinosaurier-Spiel. Ich will's ja noch auflösen. War der Verlag richtig, Kosmos, oder was? Hm. Ja, der war richtig. Verdammt. Sehr gut. In welchem Jahr war das? Ähm, das war 2006. Okay. Wow. Okay. Okay. Guatemala-Café kann aber nicht lang danach gewesen sein. Ne, das war das dritte, glaub ich. Der Guatemala-Café, genau. Ja, das dritte. Das zweite war dann nämlich Summertime. Oh mein Gott. Das schlechteste Spiel, das es je bei Kosmos gab. Oh wei. Da würde ich jetzt nicht so weit gehen. Oh doch, oh doch. So, René macht mal die nächste Frage, damit wir hier mal vorwärts kommen. Genau. Christian, wo hat denn Michael Menzel zum ersten Mal die Hand dran gehabt? Also, spielerisch meinst du jetzt, ne? Ja, was denkst du denn? Okay, die Folge habe ich tatsächlich gehört, die übrigens sehr schön war. Ich hätte spontan gesagt, es war eines der Kosmos-Spiele in der kleinen schwarzen Schachtel. Und zwar, dass, ähm, oh, wie hießen denn die? Ja. Ich darf ja nicht, ich darf ja nicht googeln im Hintergrund, ich halte mich zurück. Ähm, oh, es war nicht die chinesische Mauer von Knizia, es war dieses, dieses, dieses komische, dieses Manga-Style-ähnliche Dings da mit den, das schwarz. Oh, ich komme nicht auf den Namen, ich komme nicht auf den Namen. Du hast es fast gesagt. Manga oder schwarz? Ähm, oh, ich habe die Schachtel vor mir, da ist so ein Kürbis-Kürbis-Ding ins vorne drauf, irgendwie so orange auf schwarz. Das erste war richtig. Was, die chinesische Mauer? Nein. Von den beiden Worten. Also, ich würde es im Notfall gelten lassen, weil ich denke, das ist ziemlich deutlich. Manga, Manga. Manga, Manga. Lassen wir es mal gelten. Dankeschön. Ei, ei, ei. Hey. Hast du es gewusst, Andreas? Nein. Andreas, wüsstest du, wo es bei dir in deiner Spiele-Sammlung liegt? Ich habe das nicht. Ganz sicher nicht. Sonst wüsste ich es. Ich weiß genau. Es liegt neben dem Schreibtisch auf einem Stapel. Das, ah, okay. Gut. Dann bin ich mal dran. Machen wir mal, wollen wir mal hier ein bisschen Tempo reinbringen. Wir sprechen über einen Klassiker-Autoren, Klaus Teuber. Achso, das geht jetzt an Andreas, ne? Ja, schon klar. Der hat auch irgendwann mal angefangen. Womit? Oh, ihr haut echt so Zeug raus. Das hatten wir in einer Sendung erwähnt. Das sind auch die leichten Fragen, Leute. Ja, ja, ja. Ach, das sind die leichten. Okay. Also, Barbarossa war es definitiv nicht. Das war auch nicht. Ach, war das das bei Hans im Glück da in der Schachtel? Wollen wir ihm auch ein bisschen helfen? Warte mal, warte mal. Gelbe Schachtel, glaube ich. Längs. Ja, wir helfen auch ein bisschen. Ding. Ich hoffe, Matthias, die Informationen sind alle richtig. Das denke ich schon. Denk nicht so kompliziert, Andreas. Denk nicht so kompliziert? Ja, das sollte nicht so kompliziert denken. Das geht doch gar nicht. Täubers erstes Spiel. Denk nicht so kompliziert. Und in Not verrate. Wir sprechen nicht im Rätsel. Ich nehme jetzt mal Barbarossa als gerade das Älteste, was mir von ihm einfällt. Aber ich meine nicht das richtig. Echt jetzt? Ja, echt. Aber dann war das im Eigenverlag noch? Nee, das war schon damals bei Ass. Ach was. Er hat davor aber verzweifelt im Verlag gesucht und überlegt, ob er selbst macht. Ja. Und der korrekte Name ist ja... Also da weiß ich, weil ich definitiv das Erste habe. Okay. Und als Glückscheißer noch dazu Barbarossa und die Rätselmeister bietet den Komplett. Genau. Der steht auch hier in unserem Dokument. Barbarossa und die Rätselmeister. Ich dachte nur, Glückscheiß... Das Erste war so cool, weil das ging mit sechs Personen und nicht nur mit vier. Spiel des Jahres 88. Ich glaube, das Erste bei Hans im Glück war drunter und drüber. Das war 91. Genau. Da habe ich noch einen Namen gesucht. Das dachte ich, wäre das Erste. Das siehst du mal. Okay. Gut. Dann Christian. Ja. Doris Matthäus als Autorin. Mhm. Was hat sie da gemacht? Also das erste Spiel, das bei Doris und Frank rauskam, wäre das Eselsrennen gewesen. Das wäre zum... Ja, wunderbar. Ich lasse das mal Geld, Matthias, oder? Ja, also ich habe mal zwei Antworten aufgeschrieben, weil ich nicht sicher war, welches davon zuerst erschien. Aber es ist relativ zeitgleich erschienen auch dicke Kartoffeln. Bei Abakus. Genau. Wow. Okay. Also ich habe tatsächlich alle Doris-Spiele daheim hier stehen. Ich leider noch nicht. Ich habe, glaube ich, nur die Hälfte. Eselsrennen habe ich mal übrigens, um alle neidisch zu machen, für 50 Cent eine Erstauflage auf dem Flohmarkt mitgenommen. Boah. Ungespielt. Gab es 200 Stück damals durchnummeriert. Aber... Sehr schade, dass sie nichts mehr macht. Wollen wir mal weitermachen? Ich habe nämlich... Ach so, doch, doch. Sie macht was. Sie illustriert den nächsten Adventskalender. Oh, sehr schön. Ja, in Distributionen macht sie noch. Sehr schön. Das war jetzt ja gerade shameless safe pack. War das jetzt ein Spoiler? War das das erste Mal, dass du es erwähnt hast? Ich würde gerade sagen. Ich habe tatsächlich schon mal auf Twitter erwähnt, aber vielleicht haben es die meisten nicht mitbekommen. Naja, wenn du es hier erwähnst, kriegt es auch keiner mit, davon mal ganz abgesehen. Das stimmt. So, aber wir haben auch eine Doris für den Andreas. Denn die Doris Matthäus ist ja auch bekannt für ihre Illustrationen, wie wir gerade gehört haben. Ja. Du atmest schon wieder schwer. Was hat sie denn so als erstes gemalt? Ja, das wird dann wahrscheinlich nicht das Spiel sein. Wahrscheinlich war sie vorher schon aktiv als Illustratorin. Wenn ich jetzt wüsste, wann das Eselsrennen rausgekommen ist. Tja, ich sage mal, das Spiel, wo sie mir als erstes aufgefallen ist. Das Problem ist, dass wahrscheinlich viel, viel jünger dicke Luft in der Kurve ist mir das erste Mal aufgefallen. Das ist zehn Jahre später. Verdammt, ne? Ja, es war das Spiel Samarkand. Ach Gott. Oh, bei Abacus. Ja. Aha, okay. Matthias, mach doch mal eine Spalte für jeden, dann kannst du das unten aufsummieren. Dann kannst du es unten aufsummieren. Das geht natürlich auch. Du machst es mal, ne? Genau. Wir machen jetzt nicht weiter, Christian. Ja. Das erste Mal, als es ein Spiel des Jahres gab. Welches war das denn? Offiziell oder inoffiziell? Das ist voll unfair. Das ist viel zu leicht die Frage. Es geht nicht um das Jahr, es geht um das Spiel. Trotzdem viel zu leicht. Wieso? Ich darf auch mal was Leichtes haben. Nein. Das war Hase und Igel 1979 von David Pallet, wobei es, Klugscheißer-Modus an, bereits 1978 einen Probelauf bei der Abstimmungsspiel des Jahres gab, laut Tom Wernick. Und da hat er das gleiche Spiel gewonnen. Das können wir bestätigen. Das hatten wir auch in unserer ersten Spiel des Jahres-Rückblick-Sendung so erzählt. Klugscheißer-Modus und es wurde per Fax abgestimmt. In der Tat. Klugscheißer-Modus noch mehr. Die Fax-Geräte stammten von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Genau, hat er auch alles erwähnt, ja. Also wer Angst hätte, dass ich immer zu viel rede, hier sind wirklich zwei Wisser am Berg. Ich will auch jetzt eine einfache Frage. Interessant ist übrigens, dass das Spiel bereits Jahre vorher erschienen ist. Nicht so wie heute, wo ein Spiel rauskommt, im nächsten Jahr dann ein Spiel des Jahres wird. Ja. Gut. Ja, genau. Ich versuche hier gerade das Dokument damit zu bearbeiten. Andreas. Ja. Ich glaube, das könntest du auch wissen. Du hast ja mit der Doris schon so gut gelegen. Nein, nicht so gut gelegen. Illustratoren sind ja dein Ding. Ja, anscheinend, ja. Der Clemens Franz hat auch was gemalt. Ja, richtig. Sein erstes? Mhm. Och, ja gut. Das ist einfaches Niveau, genauso wie vorher. Das ist okay. Agricola war sein erstes Spiel, was er illustriert hat. Und zwar gab es da einen Autorenwettbewerb in Essen, einen Illustratorenwettbewerb. Und sie haben, einer hätte eigentlich gewonnen, aber der Clemens war schneller. Also er konnte einfach viel, viel schneller zeichnen. Und deswegen hat sich Lookout Games, beziehungsweise der Uwe dann für den Clemens entschieden, weil es ja mehr als 300 Karten zu illustrieren gibt. Boah, ist ja verdammt ein Klugscheißer hier. Und jetzt kommt der Klugscheiß-Modus von mir. Das haben wir uns, da habe ich mich mit Clemens gar nicht, dass wir das als korrekte Antwort gelten lassen, weil es das komplette Spiel von ihm ist. Er hat aber schon vorher eine Illustration gemacht in einem Spiel, nämlich in Drachenbändiger von Zavandor, da hat er eine Karte illustriert. Da hat er eine Karte illustriert, echt? Ja. René, ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht. Ich wollte auch gerade sagen, Arne, wo sind wir gelandet? Ich weiß es nicht. Ja, ich sage mal, die nächste Sendung geht ohne euch zwei Jungs, so sieht es doch aus. Das machen dann wir drei. Ja, ich befürchte auch. Aber dann wird das länger als drei Stunden. Gut, dass wir gestern schon mal angefangen haben, uns selbstständig zu machen. Genau. So, wir sind, wer, 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 ich bin dran. Du bist dran. Ich darf. Genau, Christian. Das erste Mal Spielwarenmesse in Nürnberg war wann? Oh. Jetzt haben wir ihn. Also. Das wäre eine leichte. Ja und nein. Ich habe das 60-Jährige mitgemacht, sozusagen. Also nicht persönlich, also schon. Also ich war da, als es das 60. Mal war. Ich war nicht beim ersten Mal da. Ich wollte gerade sagen. Ich kann lediglich einen Zeitraum nennen. Ja, wir wollen schon eine Jahreszahl haben. Ja, das befürchte ich auch. Der Monat reicht nicht. Also, selbst den würde er wahrscheinlich falsch liegen. Also ich habe auch das genaue Datum. Matthias war nämlich da. Nein. Ich hätte jetzt gesagt, das müsste in den 50er Jahren gewesen sein. Ende der 50er Jahre. Ahne? Ende war es nicht. Deshalb? Ach so. Ah. Der 50er war schon gut. 1950. 1950. Boah. 12. März 1950. Gab es da schon eine Brettspielhalle? Ja. Gab es da überhaupt eine Halle? Also, es gab Hallen. Es war natürlich viel, viel kleiner als jetzt. Die Frage ist, was in Nürnberg überhaupt noch stand. Da stand schon was. Ja, ich meine in Nürnberg. Das ist ein Zelt gemacht. Genau. Dann bin ich jetzt ja schon wieder dran. Oder habt ihr noch irgendwelche Infos? Habt ihr noch irgendwelche Infos, die ja noch loswerden würden? Matthias hat das Datum. Nee, ich bin da auch raus. So, wir haben jetzt eine Frage, die für den Christian ein bisschen gemein gewesen wäre. Deswegen kriegt die jetzt in der Andreas. Der Christian arbeitet ja in einem Spieleverlag. Bei Amigo-Spiele. Welches war denn deren erstes Spiel? Was, das erste Spiel beim Amigo-Verlag? Oder das erste Spiel, das Christian als Redakteur betreut hat? Nein, das erste Spiel beim Amigo-Verlag. Das erste Spiel beim Amigo-Verlag. Kleiner Tipp, sie haben es nicht mehr. Ja, super. Willst du es denn, Christian? Das habe sogar ich gespielt. Ich überlege gerade, zählt denn auch, also könnte es auch sein, dass es nur ein Vertriebsprodukt war? Ja. Okay. Dann würde ich mal Magic the Gaze Ring tippen. Nein. Okay. Magic kam erst 1994, 95 dazu. Amigo gab es vorher schon. Und was war es? Weißt du es? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Aber ich hätte jetzt gesagt, nach deinem Tipp. Halt, ich bin noch gar nicht fertig gewesen. Nach deinem Tipp hätte ich gesagt, Uno. Ja. Genau. Echt? Uno war bei Amigo? Super, mich da rauskicken, mitten aus der Antwort. Krass. Krass. Das wusstest du nicht? Ich habe zu Hause... Bis ungefähr 1992. 92 und dann wurde es, wurde der Vertrag mehr oder weniger nicht verlängert. Und das Spiel hat irgendwo gewechselt. Solo. Ach, Solo hat der auch, ja richtig. Der Joe Nikisch hat damals als Redakteur dann als Reaktion darauf das Solo entwickelt mit neuen Aktionskarten. Und das ist bis heute im Programm. Ja, und beim Joe Nikisch gibt es ja das Stop, was sozusagen auch eine Variante davon ist. Genau. Okay. Habe ich nicht gewusst. Hammerhart. Ja, okay. Ich habe noch eine Amigo-Ausgabe mit Goldrand. Die eine Millionste, also als sie irgendwie eine oder zehn Millionen Auflage oder sowas erreicht hat. Mir hat mein Bruder die Tage einen Zettel aus dem alten Uno zugeschickt, wo du bei Amigo noch ein Uno-T-Shirt kaufen konntest. Mit der alten Adresse wahrscheinlich. Mit der alten Adresse, ja. Und mit dem, Mike. Yes. Gut. Junge, Junge, Junge. So. Gut. Christian. Ja. Wie sieht denn aus bei Lookout, das erste? Das erste Spiel bei Lookout? Lass mich ganz kurz überlegen. Das müsste gewesen sein Attribut. Aber ganz knapp. Das hätte ich auch fast getippt. Das könnte eher dann doch, war das erste doch schon Bonanza? Ja. Welches? Weil sie das wegen dem Verlag gegründigt haben? Genau. Welches? Ich glaube, es hackt, war das erste, oder? Nee. Nee, das normale Bonanza erschien ja gleich bei Amigo. Lookout hatte ja die erste kleine Erweiterung. Ah, okay. Oh, dann ist ja noch peinlicher, dass Christian das nicht war. Nein, 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 nein. Das ist nicht peinlich. Matthias, du bringst gerade mal eine ganze Tabelle durcheinander hier. Ja, sorry. Dann lasse ich dich mal. Aber dann sag uns doch noch bitte die Lösung. Was ist denn das erste? Hi, Bon. Hi, nun. Hi, Bon. Hi, Bon. Genau, Entschuldigung. Hi, Bon. Danke schön. Wobei das ziemlich zeitgleich gekommen sein müsste mit Attribut. Nee, Attribut ist tatsächlich ein Jahr später, wenn ich mich recht, wenn ich so recht die Rekos geschlägt habe. Okay. Gut, das war jetzt auch schon die erste Kategorie. Ihr habt schon ein Drittel geschafft. Der Zwischenstand sieht so aus. Der Andreas hat zwei Punkte und der Christian hat drei Punkte. Verdammt. Aber ich habe einen würdigen Gegner. Jetzt kommt es aber eine, da müsst ihr doch eigentlich nur ein bisschen wissen. Und zwar geht es darum, ich habe diese Idee bekommen, als ich mir This Game is Broken angehört habe. Die machen auch so ein paar schöne Sachen. Und zwar geht es darum, ich habe am Dienstag, als BGG noch wunderbar funktioniert hat, mir die Ranking-Liste angeguckt. Und ich habe immer zwei Spiele rausgesucht. Und ihr müsst einfach nur wissen, welches Spiel ist weiter oben in der Rangliste. Ich mache mal ein Beispiel. Welches höher gewertet wird. Genau. Genau, welches ist höher gewertet. Und die werden immer in alphabetischer Reihenfolge vorgelesen. Du sprichst von der ganz aktuellen Rangliste. Dienstag, 16. Januar. Die von Dienstag, okay. Die von Dienstag. Also wenn ich jetzt als Beispiel mal sagen darf, Gloomhaven versus Pandemic Legacy Season 1. Und dann wissen wir natürlich, dass Gloomhaven an der Stelle gewinnt. Ja, das war jetzt auch nur das Beispiel, damit ihr das kapiert. Deswegen war das jetzt so einfach. Okay. Also ihr kommt jetzt mit Titeln von der Reihe 3000. Nein, ihr werdet die schon kennen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr die Spiele kennt. Ja. Das geht wieder im Wechsel? Genau, das geht wieder im Wechsel. Okay. Ich fange wahrscheinlich, oder? Fange ich an, ja. Ich fange wieder mit dem Andreas an. Der Arne zum Andreas. Das kann ich mir gut merken. Zwei Spiele. Bitte? A-A. A-A. Hatte ich vorhin nochmal. Ich brauche jetzt eine Batterie. Hatte ich. Bei A-A fällt mir als frischer Papa nur was an. Ja, das hatte ich vorhin. Vor anderthalb Stunden hatte ich das auch. Aber es gibt die zwei Spiele. Clank oder Klonk und Dominion. Welches Spiel ist höher gerankt? Clank oder Dominion? Ach du Gott, sag Gott. Also, boah, da kann man nur raten. Also ich würde raten, dass Clank Dominion nicht den Rang abgelaufen hat. Also ich würde tippen, Dominion ist höher gerankt. Boah, echt jetzt? Krass. Das ist Clank nicht sogar in der Top Ten? Nee, Clank ist die Nummer 54 und Dominion ist die Nummer 61. Gut, dann kommen wir zu dir, Christian. Ja. Captain Sonar oder Splendor? Oh, das sind aber fiese Spiele. Die stehen nicht weit oben. Also nicht so weit oben. Also ich hätte spontan gesagt, dass Captain Sonar mehr Publikum gefunden hat, dass es gerne Noten gibt auf BoardGameGeek und deswegen steht es höher. Hätte ich auch gezippt. Captain Sonar ist die 94 und Splendor ist die 107. Okay. Gut, Andreas. Wir bleiben mal in einem Verlag. Red Raven Games ist das, oder, Matthias? Ja. Genau. Zwei Spiele von denen. Above and Below gegen Near and Far. Aber die Spiele kennst du, ne? Ja, ja. Ich wollte nur nochmal sicher gehen. Ich habe aber nur eins davon gespielt. Das andere kommt erst nächstes Jahr in Deutsch raus. Du, ich habe gar keins davon gespielt. Solltest du. Above and Below oder Near and Far. Wobei, vom Inhalt ist das ja eher ein René-Spiel. Ich würde tippen, dass das neuere höher ist, weil er da vielleicht nochmal, er hat ja da irgendwie viele Sachen anders da gemacht. Also ich würde tippen, das zweite müsste das höher geranktere sein. Das Near and Far ist das höhere. Near and Far, ja. Echt, das erste ist höher. Ach Gott. Ich habe mir die Fragen nicht ausgedacht. Nö, nö. Aber du kannst noch natürlich die Platzierung vorlesen. Ach so, Entschuldigung. Du hast gesagt, Near and Far ist auf der Nummer 174 und das Above and Below 145. Okay. Also für allen deutschen Zuhörer, das kommt nächstes Jahr oder dieses Jahr dann auch beim Schwerkraft Verlag raus. Ja. Gut. Christian, Love Letter oder Tichou? Boah, ist das fies. In der Hall Games Liste, in der Hall 9000 Liste wäre das viel einfacher. Da ist Tichou nämlich oben in der Top 5. Ähm, ich befürchte aber, dass das, wobei, wenn ich jetzt so auf das Gathering of Friends blicke, da wird Tichou sehr viel und begeistert gespielt. Von dem her hätte ich Tichou weiter oben eingelistet. Amerikanische Liste, ha? Liegt auf der 112 und Love Letter auf der 196. Okay. Boah. So, Andreas. Zwei Spiele, zu denen wir schon große Sendungen gemacht haben. Also die Jahressendungen. Oder, Matthias, das waren zwei Jahressendungen, ne? Das waren zwei Jahressendungen, ja. Endjahressendungen. Wir sprechen über zwei Spiele des Jahresgewinner. Carcassonne gegen Zug um Zug. Uff. Wir reden jeweils vom Basisspiel, nehme ich mal an, ne? Ja. Carcassonne gegen Zug um Zug. Welches Spiel ist höher gerankt? Boah. Die Amis. Beide sind richtig, richtig, richtig gut. Das ist auch noch das Problem. Also ich schätze mal, es ist deutlich über 100. Ja, ich versuche es wieder mit Raten. Ich weiß es nicht. Ich würde auf Zug um Zug tippen, tatsächlich. Was ich aufpassen, wenn ich den Knopf drücke. Wow. Wow, okay. Genau. Zug um Zug ist die Nummer 118. Oh, ist doch noch 100, okay. Und Carcassonne ist die Nummer 136. Ah ja. Das ist das Basisspiel. Oder ist irgendein anderes Carcassonne weiter oben? Nein. Aha, okay. Und beide waren vor zwei Jahren noch in den 100. Aber das ist so viel Neues da reingeschwappt, dass das leider rausgeschwappt ist. Beide waren vor zwei Jahren noch unter 100, okay. Gut, dann haben wir im Jahr des Drachen oder Notre Dame. Ich sage nur, das ist echt gemein. Weil die direkt hintereinander liegen? Nicht für die nächsten beiden gemeine, aber ja. Im Jahr des Drachen und Notre Dame. Beide haben jetzt gerade den Vorteil, dass sie durch die Jubiläumsausgabe noch mal ein paar Stimmen bekommen konnten. Naja, es haben ja beide die Jubiläumsausgabe gekriegt. Ja, ja. Es ist sogar noch eine Erweiterung drin, die es vorher nicht gab. Echt? Oh, da muss ich glatt mal in meine Schachtel reinschauen. Aufmachen, meinst du? Da gehe ich jetzt einfach von meinem persönlichen Geschmack. Ich finde persönlich Notre Dame höher. Einzustufen. Christian, mach mal mehr Fehler. Das geht nicht. Tut mir leid, das kann ich nicht. René, wolltest du noch sagen, die Platzierung? Ach so, Notre Dame ist auf der 203 und im Jahr des Drachen auf der 207. Das ist wirklich knapp, okay. Matthias, du hast da gerade was verändert. Ja, das ist Absicht. Das ist aber alles richtig. Okay, du musst den Punkt nochmal eintragen. Ich gehe mal zum Andreas. Bewegen wir uns mal in die Pandemie-Welt. Wir reden jetzt aber nicht über Pandemie-Legacy 1 oder 2. Welches Spiel ist höher gerinkt? Pandemie die Heilung oder Pandemie die Seuche? Pandemie die Heilung oder Pandemie die Seuche? Pandemie die Heilung ist das Würfelspiel. Pandemie die Seuche ist das Kartenspiel, was nicht von demselben Autor ist. Das Kartenspiel ist deutlich, deutlich schlechter. Also ich hoffe, ich hoffe tatsächlich, es muss das Würfelspiel sein. Also Pandemie die Heilung ist richtig, richtig, richtig gut. Achso, wolltest du noch was sagen? Ich hoffe, du wolltest gerade nicht deine Meinung noch ändern. Nee, 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 das passt schon. Also es wäre schlimm, wenn das Kartenspiel gewonnen hätte. Das ist das Schlechteste der ganzen Pandemie-Reihe. Genau. Denn Pandemie die Heilung bewegt sich auf 1.556. Äh, die Seuche, Entschuldigung, die Seuche. 1.000? Die Seuche 1.500 und ein Keks. Und die Heilung ist bei 252. Zu Recht. Genau. Gut. Ist das jetzt die siebte Frage? Matthäus, wieso ist das jetzt nicht die siebte Frage gewesen? Ja, weil, weil, weil es halt nicht die siebte ist. Es tut mir leid, aber der Christian wird es überleben. Wäre das die siebte Frage gewesen, wäre das gut gewesen? Denn was ist höher? Seven Wonders oder Sevens Continent? Ähm. Gut, das eine ist deutlich populärer, aber das andere ist, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich höher gerankt und damit ist es der Seventh Continent. Ja, und das war eine ganz gemeine Kiste. Sevens Continent liegt auf der 38 und Seven Wonders auf der 40. Ja. Die Spiele könnten aber nicht unterschiedlicher sein. Also Seven Wonders Duell ist nochmal höher als die beiden. Genau. Lieber Matthias, es hat sich gelohnt, die Top 50 sich einmal richtig gründlich anzuschauen, als ich dir den Tipp gegeben habe für das letzte Kirchenfenster beim Haul-Wochenrätsel. Ja, das stimmt. Ja, siehst du ja, Christian. Wie abgeübt vorher. Nein, nein, da haben tatsächlich ein Kollege in der Redaktion und meine Wenigkeit überlegt, wie viele der 50 Spiele der Top 50 tatsächlich in meinem Regal stehen. Wir mussten feststellen, es sind gut 45. So, du kriegst jetzt keine Fragen mehr aus dem 50er-Bereich, haben wir uns jetzt gerade beschlossen. Aber wollen wir nochmal zum Andreas gehen. Pandemie war ja schon kooperativ. Bewegen wir uns mal weiter bei den kooperativen Spielen. Sogar der Autor ist der gleiche. Oder Teile des... Ja doch, eigentlich schon. Welches Spiel ist höher gerankt? Die verbotene Insel oder die vergessene Stadt? Also Forbidden Island oder Forbidden Desert? Okay, das eine kam bei Schmidt raus, später in Deutsch. Die kamen beide bei Schmidt raus. Ach, die kamen beide tatsächlich bei Schmidt raus? Forbidden Island oder die verbotene Stadt? Die Spiele kennst du, ne? Ja, 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 ja. Sonst hättet ihr mich doch nicht eingeladen. War das nicht Ausfallkriterium oder so? Interessanterweise, es heißt nicht die verbotene Stadt, sondern die vergessene Stadt. Weil das am ehesten klingt wie Forbidden Desert. Ich hab übrigens vorhin noch mal in meinem Spielregal geguckt, weil ich dachte, du hättest dich vertippt. Ich nehm mal die Wüste. Ich fand das Spielmaterial von der Wüste super. Also. Aber das war jetzt wie Christian, ich hab jetzt mal das genommen, was ich von den beiden präferiere. Wobei beides gute Spiele sind, aber das ist immer das Besser. Die vergessene Stadt oder Forbidden Desert ist auf der 258. Ne, Matthias, hier stimmt irgendwas nicht, oder? Ne, ne, ist schon richtig, ist schon richtig. Und das andere ist auf der 576. Okay. Aber Andi, ich muss zugeben, das hätte ich falsch gehabt. Ich hätte auf das andere gesetzt. Du präferierst das andere persönlich, oder was? Ne, ich hätte das auch genommen, weil ich glaube, dass es das erste von den beiden war. Das stimmt. Und das auch etwas, etwas mehr Fokus noch hatte seinerzeit. In Deutschland, in Deutschland zumindest. Bei dem Desert ein bisschen schöner noch. Die Insel war ja auch nominiert in Deutschland. Genau. Ich will da auch irgendwie ein bisschen aufholen, Christian. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Zur letzten Frage für dich, Christian. Aus meiner Lieblingskategorie, abstrakte Spiele. Azul oder Go? Ja. Ich hätte mir auch so Crickets-Sound besonnen können. Ich mag beide Spiele sehr. Auf ihre Art. Ich glaube nicht, dass Azul bereits genug Stimmen hat. Ich gebe dir den Tipp, die sind beide nicht unter den Top 50. Jaja. Nein, ich sage hier Go. Hätte ich auch gesagt. Das ist viel, viel länger drin. Aber was denkt ihr denn, um wie viele Plätze die auseinander sind? Um wie viele Plätze? Ich hätte schon gesagt, mehr als 30, 40. Nein, höher. Mehrere hundert. Ich sage mal, es sind einmalige vier. Ach was. Go ist die 111 und Azul die 115. Ja, Azul wird noch steigen im Laufe des Jahres, habe ich mir ziemlich sicher. 100 pro. Azul wird durch die Decke gehen. So. Das soll heißen, wir haben jetzt hier aber tatsächlich wieder den Christian als deutlichen Favoriten. Wie viel führt er denn schon? Drei Punkte? Ja, er hat jetzt, ja, er hat drei Punkte Vorsprung. 8 zu 5 führt er. Genau. Aber das ist ja alles noch offen. Der muss einfach nur jetzt fünfmal daneben liegen und du machst einfach mindestens zwei Treffer an die und dann kriegst du das hin. Und deswegen, die Lipstick-Kategorie ist auch wirklich eine ganz, ganz einfache. Wir nennen euch nämlich den Namen einer Erweiterung und ihr müsst uns sagen, wie heißt das Grundspiel dazu. Und da auch wieder ein sehr schönes, einfaches Beispiel. Halbohn ist die Erweiterung zu Bonanza. Fragen zu der Kategorie? Wenn die Fragen so leicht bleiben. Ich gehe auch wieder davon aus, dass ihr die Spiele kennt. Soll ich einfach mal starten? Ich bin wirklich gespannt, was ihr da ausgesucht habt. Wir fangen wieder beim Andreas an. Ich weiß gar nicht, warum wir das immer so machen, aber ist egal. Ich nenne mal den Namen der Erweiterung Glanz und Gloria. Billiger Punkt. Bei dir, ja. Glanz und Gloria. Der zweite Teil des Titels kann dich auf den Titel des Namen des Spiels bringen, Andi. Echt? Ich dachte, er sei. Oh, das war eine gute Hilfe, eine krasse Hilfe. Der zweite Teil, der macht mich fertig. Du wolltest doch immer mal dabei sein. Ja, ja. Ich will auch nicht schummeln. Der Ball ist ein glorreicher Sieg dann, oder? Genau. Nehmen wir das von Queen, vom Stefan Feld. Wie hieß denn das? Queen macht Erweiterung? Queenies. Queenies unter anderem. Nee, warte mal. Ach komm. Gloria, es klingt nach Rom. Ich sag jetzt einfach mal, wie heißt denn das mit Rom vom Stefan Feld? Rom liegt in Bayern, oder Andi? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch. Da fahren auch Autos rum. Nee, warte nicht echt fertig. Nee, ich passe tatsächlich. Komm, ich passe. Mir fällt eh der Name nicht ein. Dann darf Christian es sagen. Touren und Taxis. Oh, fuck it. Das war die erste Erweiterung zu Touren und Taxis. Da muss ich tatsächlich auch meinen Hut setzen. Das ist eines der wenigsten Spiele, die ich immer mal gerne spielen wollte. Und die auch besitze irgendwo, glaube ich. Ich habe es noch nicht gespielt. Achso, ich wollte nur mal nachhören. Das Spiel kennst du aber, oder? Das Spiel kenne ich. Ja, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Es steht doch auf meiner irgendwann mal spielen wollen Liste. Das ist jetzt etwas höher in die Liste gerutscht. Ich suche mir auch ein Spiel raus, das ich noch nicht gespielt habe. Sowas wie ... Auf Achse. Auf Achse. Und dann machen wir uns einen schönen Abend. Oh, können wir machen. Dann kannst du sogar erste oder neue Edition aussuchen bei uns. Gut. Christian. Sag Bescheid, wann er das macht. Da komme ich gern vorbei. Oh yeah. Feuer und Eis ist die Erweiterung für ... Terra Mystica. Achso, ich muss mal einen Knopf drücken, ne? Das ist eine der beiden richtigen Antworten. Und da muss ich aber auch dazu sagen, ich habe die Erweiterung noch nie gespielt. Ich auch nicht. Ich habe das Grundspiel noch nicht gespielt, also alles gut. Valeria hätte auch noch die Erweiterung. Valeria hätten wir auch noch gehen lassen. Ah, okay, na. Oh, okay. Gut, dann mache ich mal weiter. Sogar Spieleverlage finden als Namen in einer Erweiterung manchmal statt. Welches Spiel hat denn die Pegasus-Erweiterung? Achso, Andreas, ja. Ja, das ist ... Die habe ich zwar auch nicht gespielt. Also das Grundspiel habe ich gespielt, aber die Erweiterung habe ich nicht gespielt. Ich habe sie, glaube ich, auch nicht. Das müsste aber Battlestar Galactica sein. Das ist ein gigantisch gutes Spiel, aber wobei mir das tatsächlich das Grundspiel langt. Ich habe da bisher die Erweiterung nicht gebraucht. Gut. Aber wofür braucht man denn die Osterweiterung, Christian? Die Osterweiterung? Oh, jetzt muss ich aufpassen, ich kann im politischen ... Ich weiß es, ich weiß es. Autsch. Die Osterweiterung. Oh, ich hebe schon mal den auf den Feitschenknopf. Auf den falschen Button liegen. Das hört sich an, als ob das für so viele Spiele gelten könnte. Feuer und Eis war ja auch sehr eindeutig. Also Deutschland lassen wir als Antwort nicht gelten. Nein, nein, die Osterweiterung. Das Schlimme ist, ich habe das erst vor einiger Zeit gehört. Dann sage ich jetzt einfach mal, es gab mal eine für Civilization. Falsch, falsch. Und Andreas? Das müsste der Agentum-Verlag sein. Mir fällt gerade der Titel nicht an. Agentum-Verlag ist richtig. Hansa Totonica? Ja, Hansa Totonica, genau. Das war eine der Erweiterungen davon. Die habe ich sogar. Ja, die lohnt sich auch. So, Andreas, sperren die Ohren auf. Ein Fest, was immer populärer wird in Deutschland, ist Halloween. Welche Spiele hat diese Erweiterung? Ich weiß es. Welche Spiele die Halloween-Erweiterung hat? Ja, das sollte eins von Richard Garfield sein. Das Problem ist, ich glaube, es gab es für beide. Aber ich sage jetzt einfach mal, King of Tokyo. Ich meine, es gibt es auch für King of New York. Aber ich sage mal, für King of Tokyo gibt es auf jeden Fall eine. Also es kann sein. Ich glaube, die Neuauflage davon gilt für beide Spiele. Ich glaube, alle Erweiterungen sind jetzt immer für beide. Ja. Lassen wir mal gehen. Sind wir mal nicht so. Hattet ihr hier mehrere Möglichkeiten? Nee, ich habe extra nachgeguckt. Es gäbe die Halloween-Erweiterung für Zug um Zug. Ja, aber die heißt nicht einfach nur Halloween. Das war doch aber auch der Würfelbecher, oder? Nein, das waren die kleinen Kürbiswägen. Ah, ja, stimmt. Ja, richtig. Also die heißt aber einfach, also ich habe extra nachgeguckt, die, es gibt tatsächlich einige Spiele, die so Halloween-Erweiterungen haben. Aber das ist das einzige Spiel, wo die Erweiterung einfach nur Halloween heißt. Okay. Gut. Okay. Aber wofür braucht man denn die Erweiterungen König und Speer? König und Speer. Das klingt mächtig nach einer Kakason-Erweiterung. Irgendeine von diesen vielen kleinen Boxen. Richtig. Er gibt immer eine Antwort, dann redet er noch. Ich weiß immer nicht, was ich in den Knopf drücken soll. Nee, also tatsächlich ist es keine von diesen Sechser-Boxen. Also das ist auch so eine kleine Box, aber das ist die erste, die sie hatten, wo Plättchen sowohl für Kakason als auch für Kakason-Wäger und Sammler drin war. Genau. Ah, okay. Eine blau-grüne Box, die so wellenförmig auf der Seite unterschieden wird. Ja. Mhm. Genau, machen wir mal weiter. Oh, jetzt wollte ich gerade mir was einleiten. Das wäre jetzt nicht so gut gewesen. Du willst dir was einleiten? Nein, 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 nein. Ich wollte gerade mit einem Satz einleiten, aber das wäre schon ein Hinweis gewesen. Die Roboter war auch eine Erweiterung. Für welches Spiel? Die Roboter? Mhm. Oh, verdammt. Mir fallen zwei Spiele ein, die zutreffen könnten. Ich meine aber, dass die eine Erweiterung bei dem einen Spiel überhaupt keinen Namen trägt, tatsächlich. Weil das auch eher eine Goodie war. Das Blöde ist das andere Spiel. Da heißt es, glaube ich, nicht die Roboter, sondern der Roboter. Ah. Die Roboter. Also ich hätte jetzt tatsächlich, aber wahrscheinlich ist es dann falsch, weil es, glaube ich, der Roboter heißt. Ich hätte Funkenschlag gesagt. Da gab es eine Solo-Erweiterung mit Roboter-Modus. Heißt die die Roboter? Das heißt tatsächlich die Roboter. Weil du kannst die verschiedensten Roboter zusammenbauen und das musst du nicht als Solo nehmen. Du kannst es auch als zusätzlichen Spieler nehmen. So wie bei der Auto mal neueren Spielen. Ich wollte übrigens einleiten, mit Kraftwerk haben auch ein Lied geschrieben dazu. Das wäre schon fast Hilfe gewesen, oder? Ja. Aber es wäre richtig gewesen. Es wäre auch eine gute Hilfe gewesen. Wahrscheinlich. So, jetzt kriegt er auch der Richtige das richtige Spiel zum Vorstellen. Oh ja. Na, René? René ist weg. René ist weg. Hallo, René? René? Den waren die Fragen zu schwer, der ist nach Hause gegangen. Er hat keinen Bock mehr. Vielleicht werfe ich alles hin und werde Prinzessin. Wofür braucht man denn die Berge des Wahnsinns, Christian? Die Berge des Wahnsinns? Das ist doch mehr oder weniger... Das ist doch ein eigenes Spiel. Ja, und wenn es kein eigenes Spiel ist, oh, ist fies. Echt, das gab es wirklich als Erweiterung? Ja. Ja. Berge des Wahnsinns. Da ich keine Ahnung habe, sage ich hier ganz blind hinein, K2. Nein. Elf ist Horror. Korrekt. Okay, das ist nicht mein Spiel. Da können wir doch nichts für. Oh, was, was, was. Lovecraft tut sich gerade im Grabe umdrehen, Christian. Der rotiert quasi schon fast. Dann tut es mir leid. So, für den Andi haben wir auch noch mal was. Welches Spiel hatte denn die Katan-Erweiterung? Welches Spiel hatte die Katan-Erweiterung? Ihr habt doch einen Schuss. Oh, ich habe eine Ahnung. Meine Fresse. Also, bei mir auf dem Monitor steht es gerade. Welches Spiel hatte die... Was, bei echt? Ja. Ja, dir auf dem Monitor. Nein, 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 das war jetzt keine Hilfe, weil ich das Dokument sehe. Welches Spiel hat die Katan-Erweiterung? Tipp, das Spiel hatten wir schon mal genannt. Ja. Nein, die hieß aber offiziell nicht so, oder? Die hieß die wirklich offiziell so? Katan. Also, hier steht Katan. Matthias hat das als Katan rausgeschrieben. Also, ich weiß, dass es ein Spiel gibt, was ganz viele Katan-Erweiterungen verarscht hat. Aber mir ist nicht bewusst, dass das jemals... Nein, das ist, glaube ich, keine Verarschung. Wir reden nicht von Bonanza. Okay. Die Katan-Erweiterung. Das müsste ja derselbe Verlag sein. Nein. Ich glaube nicht. Nein. Was? Nein. Boah, das macht mich total fertig. Katan-Erweiterung. Wahrscheinlich habe ich das nicht. Also, die Erweiterung habe ich wahrscheinlich nicht. Das Spiel wahrscheinlich schon. Das Spiel hast du ganz sicher. Ich bin mir sicher, dass du die Erweiterung hast. Ich bin mir auch sicher, dass du die Erweiterung hast. Ihr braucht weniger Spiele, dann habt ihr auch mal mehr Übersicht darüber. So. Ja, komm, ich tippe mal auf den ganz großen Konkurrenten. Vielleicht haben sie es halt Spaß gemacht. Kackerson. Nein. Okay. Christian, gibst du mir? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Seven Wonders gemeint ist. Ja. Seven Wonders hat eine Katan-Erweiterung. Ja, ein Katan-Brett. Was? Da gab es ein Weltwunder Katan. Genauso wie es das Weltwunder Mannequin Piss gab, haben sie kurz danach auch das Katan-Weltwunder rausgegeben. Oh, da muss ich echt mal gucken, ob ich die habe tatsächlich. Wahrscheinlich hast du die sogar. Oh, das ist nur so ein kleines Goodie-Tableau, oder was? Ja, das ist nur ein kleines Goodie-Tableau. Das gab es. Ja, okay, dann habe ich es wahrscheinlich. Armin, jetzt fühle ich mich wieder besser. Was heißt, sie haben hier keine Ahnung, haben hier die Beine, oder was? Ja. Die hätten man nach der Mannequin-Piss-Erweiterung fragen können. Das hätte ich gewusst. Einfache Fragen. Das wäre zu einfach gewesen. Außerdem war es witzig, nach Katan zu fragen. Gut, und die letzte Frage an dich, Christian. Im Wandel der Jahreszeiten ist eine Erweiterung für? Im Wandel der Jahreszeiten. Das habe ich ja noch nie gehört. Ich weiß die, ich kenne sie. Nee, dann drück mal bei mir den Fall, Schnopfen, lass den Andi noch ein Erfolgserlebnis haben. Agricola. Richtig. Genau. Nein. Doch, das war eine Postkarten-Erweiterung oder sowas. Das war so eine kleine, ich weiß nicht mehr, wo ich die her habe, Spielbox oder so? Nee, nee, die gab es, die haben sie an alle verschickt, die sie Adressen hatten. Ah, okay. Ja, aber das war auf jeden Fall kein Tableau, das war so eine Postkarte, ja. Ja, die habe ich. Ich auch. So, dann haben wir jetzt einen Endstand, also wir sind jetzt, wir sind jetzt durch, fast denkbar knapp, also knapp an denkbar knapp vorbei. Wir haben den Andreas, der jetzt doch noch ein bisschen aufgeholt hat mit 8 Punkten und der Gewinner ist der Christian mit 10 Punkten. Juhu. Sehr gut, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ich gönne Ihnen den Sieb. Dankeschön. Ich räche mich in Mallorca mit einem Table-Quiz wieder. Oh wei. Ja, das hoffe ich, das hoffe ich doch. Was ich jetzt cool finden würde, wenn jetzt irgendein Hörer denkt, den Christian, den stecke ich hier noch in die Tasche, der kann sich ja bei uns melden und dann machen wir eine dritte Folge und dann lassen wir ihn den Champion gegen jemand anderem antreten. Gibt es da denselben Modus dann, denselben Frage-Modus? Da musste Matthias fragen. Das werden auf jeden Fall neue Fragen werden. Ich habe für das Table-Quiz das nächste Mal nämlich noch so einen neuen Modus-Idee, deswegen, ja, okay. Also ich hatte jetzt 10 von 15, das ist ausbaubar von dem her. Ja, so richtig, ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft, genau. Berufen fühlt. Ich habe jetzt gar keine Victory-Hymne gehüllt, verdammt. Ich könnte noch eine älte singen. WDR heißt das bei uns immer, alle gegen Pistor. Ich bin dafür, dass wir hier aufrufen, der Joe Nickisch soll mal hier zu schmelden und soll mal hier. Ich weiß nicht, ob das technisch funktioniert. Was? Wieso? Oder? Doch, 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 das kriegen wir mit dem Joe hin. Ja, dann lassen wir mal den. Ihr habt den Uwe M. dazu gebracht, mit euch zu reden. Da kann es in Deutschland niemand anderen mehr geben, den ihr da nicht dazu bekommt. Also ich als Verlierer würde mir wünschen, dass er als nächstes gegen Christian antretet, Joe Nickisch. Dann melde das mal bei Matthias an, der kümmert sich. Ja, das dauert vielleicht jetzt ein halbes Jahr oder so, bis wir es hinkriegen, aber das klingt natürlich nach einem spannenden... Das wäre doch hier immer die Bucket. Der Verlierer sucht sich immer den Nächsten aus. Wäre doch als Gag ganz gut. Bakschisch war das erste Spiel von Goldsieger. Christian, jetzt mal kurz hier. Bakschisch war damals von einem Autorenteam, das unter einem Pseudonym agierte. Korrekt. Und da war nämlich das Goldsieger-Team dahinter. Genau. Diese Klubscheiße. René, wie war es nochmal mit Dirk Gently? Genau, netter Typ. Nein, wir hoffen, dass euch das vielleicht mal gefallen hat. Diese Idee, mal dieses Bretter-versus-Wisser-Format mal wirklich umzukrempeln, komplett neu zum Denken und einfach mal was anderes draus zu machen. Christian, wie fühlst du dich denn jetzt als großer Gewinner der zweiten Bretter-versus-Wisser-Ausgabe? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin weiterhin nervös, weil das ja mein erster Podcast war irgendwie. Wir haben dich Podcast entjungfert. Mein erstes Mal, ja. Ich werde mir den 18. Januar 2018 ganz groß irgendwann die Wand schreiben. Andreas, als Verlierer. Also ich finde es erstmal übertrieben, dass ihr sagt, großer Gewinner wegen zwei Punkten. Ich finde es super. Wie schwer wiegt denn die Trauer jetzt? Och Quatsch, gar nicht. Wir sind ja hier, das ist ja alles nur, um Spaß zu haben. Ja, natürlich. Also hat hier ich viel Spaß gemacht, ich mache das immer super gern. Wir haben ja dieses Mal in Mallorca, wie gesagt, versucht so ein Table-Quiz zu machen mit Brettspielfragen. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Der Nachteil ist, wenn man sowas selbst macht, kann man ja nicht mitmachen. Lass das einfach Matthias machen. Erstens arbeitet er denn und zweitens hat er auch gerade ein Konzept. Das hat ja der Christian in Malle gemacht. Das ist richtig. Der Christian hatte die nächsten zwei Tage kurz abends benutzt und hat dann selbst Fragen zusammengestellt. Ich finde es super, dass ihr sowas macht. Ich habe sowas auch selbst im Kopf gehabt. Das macht auf jeden Fall immer Spaß. Das sind zwar sehr geekige Fragen, aber ich denke, ich hoffe mal, dass eure Podcast-Hörer das gerne hören. Mir als Teilnehmer hat das Spaß gemacht. Ich bin da jederzeit wieder gerne dabei. Auch wenn der Christian gewonnen hat. Also wenn wir einen Verlierer brauchen, können wir uns bei dir melden. Genau, dann ruft ihr mich an. Hier, ruft man den Bullen mal an. Erst gibt es eine Reise und dann brauchen wir noch einen Verlierer. Ich habe jetzt hier mein Unwissen gezeigt. Genau. Mal gucken, wie viele Leute das dann viel, viel besser können als ich. Was mich natürlich jetzt interessiert hätte von unseren Hörern, ob es euch Spaß gemacht hat, zuzuhören. Und wie viele Fragen hättet ihr denn richtig beantwortet? Also da hätten wir vielleicht eigentlich am Anfang so, jeder soll mal so für sich mitzählen, wie viele er richtig beantworten würde. Weil ich glaube, alle 30, das wären die wenigsten geworden. Fragen wir mal René. René, wie viele Fragen hättest du denn richtig beantwortet? Die Frage ist, wie viele Spiele davon hätte René überhaupt gespielt. Hallo, ich höre euch nicht mehr. Uno, hast du gesagt. Uno. Gloomhaven. Da der René ja zum Beispiel in der Sendung mit der Michael Menzel dabei war, hätte er das Manga Manga gewusst. Und er war auch in der Sendung mit Inka und Markus dabei. Auch das große Dinosaurier-Spiel hätte er gewusst. Aber Christian hat auch gesagt, Manga Manga daheim. Lohnt sich das, das in meine Sammlung aufzunehmen, Christian? Nein. Nein, muss ich da jetzt sofort. Okay. Nein. Genau. Wollen wir es nicht zu lang werden lassen. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Wir danken Andreas und dem Christian. Danke für die Einladung. Vielen herzlichen Dank. Wollen wir noch mal ein bisschen Promotion machen? Promotion machen, also der Klickenabend wird wahrscheinlich wieder aus Nürnberg berichten. Der Jörg auf jeden Fall. Ich versuche hinzukommen, ich bin mir noch nicht 100 Prozent sicher. Ach so, Spielwarenmesse in Nürnberg, nächste Messe, die ansteht. Amigo hat ja auch schon die Frühjahrsneuheiten, sogar im Markt schon. Genau. Gibt es da irgendwas, irgendein Highlight vielleicht, auf was wir uns freuen können? So mal ganz kurz eins aus der Hüfte geschossen. Also wir haben ja dieses Jahr tatsächlich nur Kartenspiele, sieben Stück. Als zwei kleine Highlights würde ich nennen das neue Spiel vom Steffen Bendorf. Den kennt ihr von The Game. Der hat bei uns auch ein kleines kooperatives Kartenspiel gemacht namens Verflucht, wo es auch darum geht, gegen das Spiel zu gewinnen. Und das zweite ist ein Kartenspiel namens Krass kariert. Das ist im Prinzip ein Kartenkombinations-Ablege-Karten-Los-Währe-Spiel, das am Anfang ein klein wenig braucht, das ein bisschen eine Kurve, eine Lernkurve hat, das aber in meinen Augen super toll ist. Liegen beide schon bei mir. Folgt mal meinem YouTube-Kanal, da wird es wahrscheinlich am schnellsten noch ein paar Infos darüber geben. Matthias, an dich sind sie unterwegs. Oh, ich freue mich. Ja, also genau, ich halte da vielleicht mal ein Auge drauf, wenn ihr auf die Amigo-Sachen steht. Ansonsten, nächste Woche haben wir einen Gast. Matthias, wen hast du da angeschleppt? Richtig, ich habe den Christian Hiltonbrandt angeladen. Ah, cool. Genau. Dann könnt ihr ihn aber nicht immer entjungfern. Nee, aber der wollte, der hat ja, der fragt, ob er nochmal irgendwo sich vielleicht ein bisschen seine Nervosität irgendwie abbauen kann. Und ich hoffe, das hat er irgendwo dann auch jetzt hingekriegt, keine Ahnung wo. Aber mit dem werden wir ein bisschen reden über das, was so die Geeks und die Freaks so alle interessiert, nämlich so über Superlative. Ich hoffe, er ist vorbereitet. Weil? Ich bemühe mich. Er hat ja versprochen, er will mehr Redeanteil haben als die anderen drei zusammen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Es hieß nur, ich soll dich ein klein wenig einbringen. Vielleicht gibt es genug Sendungen, wo Arne mehr redet als ich. Habe ich gestern Abend aufgenommen. Genau. Aber Matthias ist einfach gar nicht dabei. Also in der Sendung hat Matthias auf jeden Fall ganz wenig Redezeit gehabt. Nee, genau. Also deswegen, wir wünschen euch viel Spaß. Die nächste Sendung werden wir wahrscheinlich auch am, der Termin Dienstag ist fix, ne, Matthias? Dienstag ist fix, Christian hatte zugesagt. Genau, die wird es dann wahrscheinlich... Haben wir auch schon getestet, funktioniert. Die wird es auch dann live geben. Also du wirst nochmal live in Jungfad. Oh ja. Genau. Kommt einfach in den Bretterwisser-Kanal live.bretterwisser.de. Dort werden wir den Dienstag, also wenn ihr es jetzt irgendwie früh hört, also die großen Sendungen nehmen wir meistens dienstags auf und die gibt es dann halt auch live zu hören mit Chat-Anbindung an die Sendung dran. Das ist immer noch so ein kleiner Rückkanal. Das ist immer ganz nett. Kommt da einfach dazu und habt ein bisschen Spaß. Ansonsten würde ich mich dann mal verdrücken. Genau. Dann sage ich mal Tschüss und schönen Abend. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Bye, bye. Ciao, ciao.